Martin Walser ist gestorben, ein großartiger Schriftsteller. Er war auch umstritten, ja. Er ist im Alter von 96 gestorben. Sein Roman Der Tod eines Kritikers ging in die Schlagzeilen. Da war nicht jeder mit einverstanden. Und sein größter Erfolg war der Roman Ein fliehendes Pferd. Und da geht es darum, dass zwei Ehepaare am Budensee zusammen Urlaub machen. Und dann fällt der eine irgendwann ins Wasser und dann trennen die sich. Und haben aber vorher irgendwie total viel Spaß und einer stürzt dann aber ins Wasser. Der Klaus, genau, der hieß Klaus. Und muss sich irgendwie retten. Keine Ahnung. Taucht dann irgendwann wieder auf, aber dann reden die kein Wort mehr miteinander. Weil ein Sturm aufzieht. Ich war selber schon am Bodensee. Wunderschön, riesig großer See. Nee, da kann man wirklich toll Urlaub machen. Wie es jetzt da ist, weiß ich nicht. Kann mir ja einer in die Kommentare schreiben. Abonniert mich, kommentiert mich. Und mein herzliches Beileid an Martin Walser. Er wurde 96 Jahre alt. Ja. Achso, er hat eine... Nee, er hat, glaube ich, mehrere Kinder. Tochter Franziska Walser. Aber die wurde keine Schriftstellerin. Das weiß ich. Das habe ich rausbekommen. Und er soll der Sohn vom Augsteinspiegel sein. Das weiß ich jetzt. Aber da habe ich keine Quelle gefunden drüber. Das soll mal in den 70er Jahren so ein Skandal gewesen sein, dass er der Sohn vom alten Augsteinspiegel genau war. Genau. Ja, das ist es. Mein Beileid.